Nein, wir haben den Punkt auch. Ja, ich hab's definitiv in Reinhard ins Kino ausgeführt. Wenn Symmetra kommt, dann gibt's halt die Düse. Hast du ihm den Film das Ende von Leben gezeigt? Ja, schon. Ein bisschen Sexismus schadet doch nicht. Ein bisschen ja, aber wenn's dann daran geht, wer fett ist, ja, ich sag dir gleich mal, wer fett ist. Mareks Schwanz, wer ist fett? Ja, wie wird sagt er das? Vielen Dank. Der ist dünn, aber fett und hässlich. Wer ist dünn, aber fett, was? Wer ist dünn, aber fett und hässlich? Ja, man. Ach, deswegen schwammelt er immer, wenn er steif ist. Du hast dir einfach das Fett aus dem Arsch da so reinspriften lassen. Und nein, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und fritzig ist, du hast recht, ja, ich weiß. Das Ding ist, er ist interdimensional, ich hab nen Alien-Schwanz. Ah, hinterdimensional? Ja, also, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war ein Alien. Alles klar. Und da sind noch ein paar gehen übrig, die haben bei mir noch mal ein bisschen mehr durchgedrückt. Und wir haben Mad. Ich hab ja schon keinen Bock mehr. Oh, King's Row, gell, ich hab voll Bock drauf. Äh, Chunkred oder Diva, äh, Pharah, meine ich. Ich verteidigung, Junkred. Ja, Junkred und Leute. Wow, Soldier City. Ach, guck mal, ich bin ja direkt auf Mora drauf, da kann ich auch gleich Mora spielen. Ich mag den Namen übrigens nicht. Oha, Bloody. Oha, Bloody, jetzt geht's los. Ja, ich bin nur für den ersten Punkt. Ich bin nur für den ersten Punkt. Staubsauger, Gang. Die Staubsauger an euch kaputt. Ich spiel Symmetro nur für den ersten Punkt. Danach weck's nicht. Auf'n Heiler. Ja. Ja, 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 ja. Und Weihnachtsbaum, hätten wir jetzt die Sprays dafür, könnten wir das aufhängen hier. Ja, verdammt, ja, ich hab's nicht. Also, ich hab's schon, aber nicht. Ich hab ein paar, aber ich weiß nicht für welche Helden. Ja, ich hab auch ein paar, ich hab auch ein paar. Ey, Kingsborough sieht riesig geil aus im Winterlock. Hm, das ist der Grund, warum ich mich jedes Jahr auf Weihnachten freu. Kingsborough sieht geil aus. Taub mir wird auf Kingsborough spielbar. Also, richtig spielbar. Richtig spielbar, weil die Payload zu einem Schlitten würde und da ich einfach auf den Schlitz auf der kompletten Payload platzen kann. Ich hab's nicht nur hinten auf diesem hervorgehobenen Stück. Das ist der Anamura. Und Hanamura wird einfach wund, blühen. Ich find's so, wenn sich dann in Hanamura trotzdem noch die Kirschblüten blühen, obwohl's schneit, aber... Es ist komisch, aber es sieht so fucking schön aus, dass ich mir jedes Jahr darauf neu herunterholen könnte. Mach das. Oh, Sackle. Wir haben auf jeden Fall, wir haben Orisa und Reinheit, wir haben, glaube ich, Shields. Und, äh, Best-Shirt-Shirt-Shirt bebrochen. Und einen Bastion. Und the Mercy. Ich schick euch ne Heilkugel rein, sonst werdet ihr da nicht hingehen, erst mal die sowas von vergessen. Vorsicht, Creepa! Ah, da hinten sind ja schon. Ah, scheiße. Ja, das lieb nicht so gut. Aber es war lustig. Ey, aber ich hab... irgendwas hab ich getürzt. Wo macht's das denn, ey? Ah, die Molra ist durch. Die geht. Kann ich sie? Die ist gerade, die ist, die ist längst auf. Ich seh' sie leider nicht. Mein Shield zerbricht. Molra ist hoch, liegt's! Aua! Ja, ich bin down. Ich hab rein, halt. Oh, da haben sie mich gelegt. Ja, doppel-Shirt, toll. Mora hat mich. Ich bin down. Ja, ich verfolge sie gerade. Ja, ich verfolge sie gerade. Bledewixen. Mora down. Nadi, hast du einen Täler auf Start? Auf Start, Alter? Ne, gleich. Ich hab 90% gerade. Eilung kommt? Fett, warte ich nicht. Fett hat nicht rein. Dabt. Dabt. Ich hab mal einen Täler aufbauen. Der Teuch ist auf jeden Fall nicht so schlecht wie das letzte Mal. Aber... Oh! Nein! Fuck! Ja, ich kann mich rechtzeitig an dich ranstehen, die ich auf der anderen Seite von der... Ja, passt schon. Ah! Ah! Mit durch. Ich muss in der Tele... Reinhardt, von der Seite! Reus, 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 das geht jetzt mal zurück! Hilfe! Aber Zali! Ja, bestell. Oh ja, du gehörst mir Mauer. Fett, du Bitch. Ey! Geilpapil! Oh nein! Ja! Ja, der sonst... Wo steht dein Täler eigentlich? Ich hab ihn nicht gesehen. Oben! Oben! Ja, ja! Da, 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 da! Ja, perfekt! Da kommt niemand dran. Ich hab's so überlegt, weil Reeper kann sich ja teleportieren. Bis, ne, gell? Ja, keiner verfüllt. Ja, er hat ein Ultimate verschwendet! Yes! Hm, hat er. Aber wie er das für so ein Noob hat. Boah, was für ein Noob. Alter, was für ein Gold-Noob. Ja! Ja! Oh ne, warte, er ist sogar Silber. Und da. Und da kriegt er sich gerade nicht. Reus, die down. Die sagte Matze. Oh! Reus, die down! Nein! 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 Shit! Oh, ich hab Mauer geklappt jetzt! Du sollt nicht weg, Faisen. Ich bin down! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich bin direkt hier runter! Ja! Ja! Ja, ich krieg Merci nicht, aber vielleicht krieg ich... Oh! Oh! Schöner Punkt! Ja, Orisa hat mein... ...Volzzug gestoppt. Mach viel fad! Was schnellst du das zu vom Wagen? Den Punkt kriegen die nicht, die Schweine! Ne! Mein Punkt! Wer ist hier? Äh! Okay! Jetzt kann er mal... Keiner Gegner schon mal hier... Vergiss das! Hab... ... hab... ... schon weinen wollen von wegen... Nein! Wir haben den Punkt auch! Ja, ich hab rein... Ja, ich hab rein... ... aber hab's... ... den Fall liegen rendet ins Kino ausgeführt... Wenn... ... wenn... ... wenn... ... wenn... ... wenn... ... Symmetra kommt, dann gibt's halt die Düse! Hast du ihm den... ... den Film das Ende vom Leben gezeigt? ... und... ... und... So... Dadi, du wolltest Heiler machen? Noch einer... Wo ist einer? Ich? Jetzt kommt Orisa... ... und dann boostet mir alles durch! Weiß... Ja, natürlich! Kann sein! Auch der Map... ... weiß ich echt nicht, Alter... Ich auch nicht... ... aber ich mach mal Mercy... ... ich mach's mal ausnahmsweise... Ich muss mal mit Mercy nachher den Skin wechseln... ... dass ich äh... ... Feldärztin bin... ... dann passt das zum Reinhard! Dinger, dann hasse ich dich einfach für die Pest, ne? Wieso? Das ist mein Lieblings-Skin für Mercy... ... und ich hab ihn nicht! Ach, du hast den nicht! Aber das Event kommt ja wieder, oder? Ja! Ja, aber das nächste Event ist ja jahres Rundes! Ja, natürlich! Schlesisches Neuer! Ich weiß! Oh, nach der Schmille! Alles versammeln am Weihnachtsbaum! Ja! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Guck mich an! Mein Spray ist da oben! Ja! Oh mein Gott, wie geil! Ja! Ich hab's geschafft! Ach, wie süß! Ja, genau! Perfekt! Ich bist cool! Aber wir machen mal unsere Süß-Brace mal hier hin! Das da! Das da! Das da ist der perfekte Weihnachtsstern! Okay, ihr macht alle eure Süß-Süßwässer! Und dann geht ihr weg, damit ich mal einen schönen Screenshot machen kann! Aha! Wehe! 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 Ich hab' keinen Süß-Brace! Okay, ich hab' den Screenshot! Perfekt! 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 Da kann man den Schild total zerfressen! Ja, die Schilder laufen auf den Punkt! Ja! Eben! Das ist das Gameplay! Nein! Fuck! Ich hab' den Showpoint! Ach, fuck! Warum bin ich zu dir hingegangen? Fuck! Wehe! Weiß nicht! Wo bist du mit gefolgt? Bloody! Kannst du mich kurz rein! Ähm! Weil Bloody Rai Sensei ist! Deswegen hab' ich gedacht, ich geh' zu dich! Aber... Danke! Hast du geklappt! Aber ich hab' ja ne Pharah! Kann ja Pharah verlappet sein! Das Problem ist, Reinhard stellt sich immer vor ihn! Wir müssen irgendwie dahinter kommen! Wir müssen Reinhard vom Best schon trennen! Und warum wird das nicht! Alles klar! Au! 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 Nicht in den Raum rein! Nicht in den Raum rein! Nicht in den Raum rein! Mann Pharah, lass mich doch nicht alleine! Oh Gott! Ich sehe ihn was ja! Nach oben! Danke sehr! Ich bin da! Der soll mich hier mal kriegen! War klar! Er hat mich wohl! Äh... Ich war auf... Ich war auf der anderen Anruf! Auf der Sache er kriegt ein Highlighter! Hm... Komm schon! Komm schon! Wir haben noch ein bisschen durch! Oh mein Gott, so Glück muss ja nach Land! Warte Soldier! Warte! Warte Soldier! Perfekt! Noch mal warte doch, mein Junge! Oh, jetzt ist er an die Treppe hochgerannt und ich hätte warten sollen. Er ist tot. Natürlich ist er tot. Meister hat mega den aufgeladenen Stahl. Ich kopp noch shit nicht mehr. Wies. Nein. Das passt mein Ulti. Der Game Changer ist fast aktiv. Nein. Nein. Best Stim down. Best Stim down. Reiner. Bevor Mercyen retzt. Das ist tot. Tiva von hinten. Tiva von hinten. Tiva Slave. Sehr gut. Tiva das Auto auch nicht. Ich hab einen Lauf. Und Victory. Nice. Schauselung. Yes. Best Stim down und dann instant rein. Volt rein. Alle drei. Und weggeholt die Leute. Zum 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 zum. Und. und nachher. Das war schön. Das war schön. Da war der Bopper Laseraktion. Da war der Bopper Laseraktion. Und der vierte. Und der vierte. Und wo hat das Bopper? Hat das Fünf? Oh. Hat das noch nen Geschutztkill? Spiel 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 Ich wills jetzt einfach nochmal Revue passieren lassen, einfach nochmal diesen einen Push, also wenn das jetzt nicht mein Highlight ist mit Oryza, ne, dann flipp ich aus. Ich hab auch ein Highlight mit Moira, das ist wahrscheinlich dasselbe wie eben, nur aus meiner Sicht, also was O'Bloody hatte wahrscheinlich, ich guck mal. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist es dann, weil wir haben da so viel Schaden gemacht zu zweit. Ja. Feuere mein Laser. Feuere mein Laser. Ja, das müsste sie eigentlich sagen. Nicht beugt euch meinen Winde, sondern ich feuer mein Laser. Ja, ja, ja. Und jetzt, ja, bei mir ist es der Push. Noch ne Runde? Warte, warte, warte. Und, Renner down. Ernsthaft, das? Ja, die Oryza. Was war das gerade für ein komisches Roll? Den, das muss ich mir nachher machen. Okay, also was hat denn das Handy hier in die Gruppe gesteckt? Sind das denn... Ja. 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 Ja.